cool das sind also diese led schuhe da bin ich ja mal gespannt willkommen bei tiny tommy heute möchte ich euch mal von der firma sagaro die heiß begehrten led schuhe vorstellen und zeigen ob die was taugen wir sehen uns gleich dann wollen wir uns mal die schuhe ein bisschen genauer angucken von der optik her gefallen mir ganz gut zu den schuhen wurde auch noch ein ladekabel geliefert ihr müsst ihn nämlich am computer aufladen hier ist das gute teil aber das gute an der ganzen sache ist ihr könnt beide schuhe gleichzeitig aufladen ich zeige euch mal die ladestation hier hier kommt das eine kabel rein mit dem gleichen schuh hier und jetzt kommen wir mal zum spannenderen teil zur lichtfunktion ihr habt hier einen kleinen versteckten knopf hier an der seite den müsst ihr einfach nur drücken und schon gehen die lichter an sieben verschiedene farben gibt das insgesamt rot blau grün hellblau grün hellgrün normal grün und eine blinkfunktion und wie das ganze im dunkeln ausschaut zeige ich euch jetzt mal am besten die Outro 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 Und das war es auch schon wieder für heute. Bis zum nächsten Mal, euer Tiny Tommy. Untertitelung des ZDF, 2020